Der Niklas Schubert muss uns was zu Mobilo erzählen. Genau. So, sind schon alle da? Ich denke ja. Soundcheck ist schwierig. Ich muss wahnsinnig schreien. Ich werde es versuchen. Also ich finde es sehr spannend, mal in so einer Location über Mobilo reden zu dürfen. Mal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Niklas Schubert. Die meisten von Ihnen, von euch, werden Andreas Senger kennen. Das ist mein Co-Geschäftsführer. Der ist nur diese Zeit gerade noch woanders unterwegs. Ich habe mich gebeten, ihn heute zu vertreten. Ich freue mich sehr, auch mal über Mobilo reden zu dürfen. Meistens sitze ich nur daheim. Ich mache so ein bisschen Verwaltung, das Marketing. Ja, nächste Herausforderung ist eine Offline-Powerpoint-Präsentation. Habe ich so auch noch nie gemacht. Das müsste ich jetzt als Titelfolie vorstellen. Macht natürlich wenig Sinn, die Titelfolie zu haben. Aber gut. Der Unterschied jetzt zu dem Ganzen, was wir vorher gehört haben. Wir haben vorher wahnsinnig viel für mich begeisternde Dinge in der Technik, in der Innovation gehört. Wir von der Firma Murilo. Wir kommen da von einer ganz anderen Seite. Wir sind die, die dann da sein wollen für euch. Aber auch für die, die dann da drauf sitzen sollen auf diesen tollen Dingen. Wir sind ein bisschen, bestehen uns so ein bisschen als Bindeglied, um diese Innovationen dann auch an den Mann zu bringen. Zum Start, das werde ich ganz kurz machen. Ihr wisst alle, dass das E-Bike jetzt nicht total aus der Mode ist. Das heißt, es wurden ein paar verkauft. Die Pedelecs sind der große Anteil des E-Bikes, also die Speedbikes sind nur bei fünf Prozent. Wir reden eigentlich, wenn wir reden, reden wir wirklich auch von diesen Pedelecs. Wir von Murilo haben natürlich auch noch Pedelecs auf verschiedenen Gründen, die jedem bekannt ist. Das ist ein schönes Zitat von einer unserer Verleihstationen. Der hat uns so sagt, die Nachfrage in E-Bikes wird weiter steigen. Wir haben von mir immer mehr Interessenten. Ich meine, okay, das ist jetzt für uns hier nichts Neues, aber es ist auch da angekommen. Und das war bis vor ein paar Jahren noch nicht so der Fall. Sondern gerade so im Sport, das ist hier Sport, da war das eher so, also E-Bike wird ihr euch heute auch noch herzugehen, also E-Bike brauche ich noch nicht. Oder gestern hatte ich einen schönen Termin, da war ich auf der Eröffnung von so einem Schwimmbad und dann saß lieber mir einen Mann, der war noch mal 50 Kilo schwerer wie ich, 76 Jahre alt und hat gesagt, naja, also E-Bike haben jetzt meine Kinder gesagt, da hätten sie mir einen Schenker, aber das brauche ich noch nicht. Also wenn es dann mit 76 Jahren 130 Kilo und keines braucht, dann hast du es geschafft. Aber ich glaube, der bewegt sich auch nicht allzu viel. Jetzt zur Firma Movelu in Kürze. Ich versuche das relativ kurz zu halten. Was machen wir eigentlich? Also wir machen das, was wir machen seit 2006, aber die Firma Movelu befindet sich in einem ständigen Wandel. Warum befinden wir uns in einem ständigen Wandel? Weil die Ansprüche sich auch ständig verändern an uns. Wir haben derzeit 3.000 E-Bikes im Verleih. Davon, das ist jetzt wichtig, 2.500 Komfort, das sind die Dinge, da habe ich heute schon die verschiedensten kritischen oder unkritischen Bemerkungen darüber gehört. Das sind halt die Komfort-Bikes. Wir sagen alle nicht besonders hübsch. Aber schon 500 Mountainbikes. Und dazu komme ich dann, das ist interessant, da geht der Weg hin. Also es werden neue Zielgruppen erschlossen. Was machen wir eigentlich als Movelu? Also es sind ja einige Schweizer da, wie man heute schon im Dialekt gehört hat. Wir haben eben 2006 mit der Firma Flyer begonnen. Diese Idee, die die Firma Flyer schon in der Schweiz hatte, diese Räder, diese E-Bikes an den Mann zu bringen. Und das ist immer das Thema. Heute hat es eh irgendeiner gesagt, am besten setz dich drauf und übe jetzt aus. Was soll ich dir denn jetzt hier erzählen? Genau das war die Idee von Flyer, zu sagen, ich möchte, dass sich die Leute auf das E-Bike setzen und das in einer möglichst unverkrampften Umgebung und das ist der Urlaub. Weil daheim vor der Haustür, da schaut der Nachbar oder irgendwie blöd oder ich muss irgendwo hingehen und fragen. Und im Urlaub, dann will ich das doch mal aus. Und das war die Idee von der Firma Flyer. In der Schweiz haben die das schon teilweise mit der Herz-Route begonnen gehabt. Und wir sind dann damals, wir kommen von der Tourismus-Marketing, das sind die Firma Makrohaus, da komme ich eigentlich her. Da hinten sind noch zwei meine Kollegen dabei. Mein Bruder und der Herr Sprintzing, wir machen, da kamen eigentlich ganz woanders her. Wir haben dann den Herrn Ottenschläger kennengelernt, der kam mehr vom Rad mit, da war er jetzt auch nicht mehr bei Provelo dabei. Und da haben wir gesagt, okay, wir wollen das nach Deutschland bringen, weil wir im deutschen Tourismus und auch im Österreich-Tourismus doch einige Berge zu überwinden haben. Und da, wo in Deutschland keine Berge sind, da ist meistens Wind. Und das ist genauso scheiße. Also ist es doch gar nicht so schlecht, wenn wir diese E-Bikes in den Tourismus bringen. Haben dann mit der Firma Flyer eben angefangen, diese E-Bikes in den Tourismus zu bringen. Ich möchte jetzt keinerlei Diskussion mich stellen, wie viel das jetzt der Firma Flyer gebracht hat oder wie viel es dem Mobil und dem E-Bike gebracht hat und wie viel sonst was. Auf alle Fälle war die Aufgabe, dieses Produkt an den Menschen zu bringen. Und dieses Produkt haben nicht wir gemacht, das hat die Firma Flyer gemacht. Und die Firma Flyer hat auch gesagt, welches Produkt wir an den Menschen zu geben haben. Also wir sind nicht die, die sagen können, ah, das mit dem Ständer da, das mit dem Absperren ist ja total geil, hätten wir super gerne. Oder das mit dem Laden, hätten wir super gerne. Aber wir müssen ja das nehmen, was ja wirklich dann das Unternehmen nach außen bringen. Und so haben wir mit der Firma Flyer angefangen. Damals noch, die Reichweiten waren begrenzt. Da war ganz wichtig zu sagen, wir müssen irgendein Mobilitätskonzept reinbringen. Also brauchen wir Akku-Wechselstationen. Aber nicht standardmäßig, irgendwie universell, wo ich die Tube austauschen kann, sondern alles natürlich nur auf dieses System. So hat sich das entwickelt. Wir hatten zwischenzeitlich nach dieser ganzen Energie-Wende-Thematik, wo sehr viel öffentliche Gelder im Spiel waren, bis zu 5000 E-Bikes im Verleih. Da waren halt einige Projekte dabei, die fremd gefördert waren. Letztes Jahr haben wir dann die Zusammenarbeit mit der Firma Bike-Tech beendet, aus verschiedenen Gründen. Franken und so weiter hat auch eine Rolle gespielt. Und wir haben dann eben mit der Firma Derby Cycle letztes Jahr die weitere Zukunft geplant. Wir fahren jetzt mit Focus, Mountainbikes und mit den Kalkow Komforträdern. Ja, und wir hatten jetzt gerade vor kurzem ein großes Meeting mit Derby Cycle und die sagen von uns immer, der Geschäftsführer hat gesagt, Leute, uns ist wichtig, dass ihr unsere Räder auf die Straße bringt, aber uns ist auch wichtig, dass ihr uns diese Erfahrungen nach Hause bringt. Wie funktionieren unsere Produkte? Wer will sie denn wo haben? Wann fahrt wir mit den Dingen? Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema. Unsere Aufgabe ist es Punkt eins, die Räder des Herstellers auf den Markt zu bringen, also Product Placement. Punkt zwei, dem Hersteller Informationen zurückzugeben und natürlich, weil er hofft sich dadurch der Hersteller steigende Verkaufzahl. Dadurch ist der Hersteller aber auch bereit, uns die Räder zu einem vernünftigen Preis zu geben. Und jetzt kommen wir genau zu dem Thema, das ist immer, wenn es in die Breite gehen soll, der Preis. Was sind Leute bereit für den Leih eines Rads, B2B, also wir leihen einem Hotel ein Rad und das Hotel kann die Räder weiterverleihen, zu bezahlen. Das ist unterschiedlich, aber über den Daumen gepeilt pro Monat 100 Euro, das ist okay. Mehr wird schwieriger, um in der Masse zu bleiben. Und jetzt kann alle Innovationen, die wir heute gesehen haben und gehört haben, da wissen wir schon mal, wo die Preise dann liegen und wo die Problematiken liegen. Deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Kurz und kurz, wir von Movelo verleihen 3.000 E-Bikes, liefern sie zu den Hotels und holen sie auch wieder ab, wenn der Vertrag ausläuft und fahren sie wieder nach Hause. Der Service ist dabei, das heißt, wenn das Rad kaputt geht, ruhen sie bei uns an, wir richten das halt sofort wieder innerhalb von 48 Stunden. Wenn es nicht eine Reparatur ist, weil es einer direkt in einen Baum gefahren hat, dann kann man das nicht schaffen. Wir von Movelo haben flexible Tarife, weil nämlich in Ischgl zum Beispiel die Sonne nur drei Monate scheint, sonst ist wieder Winter. Das heißt, die können ja nur drei Monate E-Bikes überhaupt verwenden. Dann brauchen sie den Skikeller wieder für die Ski, die Hotels. Wir haben aber auch natürlich Regionen, wo sieben, acht Monate oder es gibt auch Bereiche, wo das ganze Jahr die Räder gemütet werden. Der Tourismus dehnt sich jetzt aus Richtung anderen Themen, die wir noch überhaupt nie im Blickfeld hatten, Kreuzfahrten und so weiter. Da komme ich aber dann noch dazu. Also unsere Aufgabe ist grundsätzlich nur, dass ich das mal für alle klarstellen, wir sind eine Reihe der B2B-Dienstleister, liefern Räder im Full-Service-Paket. Und der Hotellinie kann es dann weiterverleihen, der kann sie weiter umsonst weitergeben. Wir haben hochpreisige Hotels, fünf Sterne Hotels, vier, vier, halb, fünf Sterne, die sagen, das ist bei uns im Zimmerpreis mit drin. Und jetzt kommt eigentlich ein ganz entscheidender Punkt. Der Trend, ich soll ja über Trends sprechen, geht genau dahin, dass diese Mobilitätsgedanke, den du mit dem Fahrrad nicht haben kannst, weil du bist gestern wieder Bad Acer auf einem wunderschönen Hochplateau und die sagen, fahrt mit dem Hotel mit dem Rad runter in den Ort Mobilgarten und fahrt der aber mit dem Fahrrad nicht mehr rauf. Außer er ist ein Sportler, dann hat er aber sein eigenes Fahrrad dabei und hat sowieso gar nicht den Anspruch dran. Aber alle anderen wollen, wenn sie das Hotel fragen, ob du jetzt ein Fahrrad haben willst oder ein E-Bike, ein E-Bike haben. Und genau das ist das Thema, wo wir dann immer mehr merken, dass der Tourismus darauf immer mehr einsteigt. Am Anfang war es schwieriger. Mittlerweile wird es auch immer mehr zum Standard. Wir hören auch schon oft, es wird auch von unseren Gästen gefordert, was natürlich gut ist für uns. Das tun wir uns leichter zu kaufen, klar. Also ich habe schon gesagt, wir brauchen ganz flexible Tarife. Wir haben derzeit 46 verschiedene Verleihtarife, dass ich mich nur vorstellen kann, was das auch für ein Management Aufwand ist. Also über Monate, Pakete, wie auch immer, weil sonst immer die Rede nicht raus. Wir haben über 800 Verleihstationen zu managen. Wir haben einen riesen Logistikaufwand. Wir haben Verleihstationen in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Dazu kommt jetzt Kroatien. Ganz wichtige Anfrage UK, also England, Spanien, Portugal, ist alles am kommen. Also Internationalisierung seit letztem Jahr extrem. Also diese Anfragen explodieren fast schon. Das heißt, diese ganzen Gebiete, wir kennen von Italien z.B. die Atria, die ganzen Hotelgebiete da, die kommen jetzt alle langsam, sagen sie hier bei Movilo auf, das hätten wir auch gerne. Das heißt, da passiert einiges. Das ist natürlich für den Hersteller wieder interessant, für die Firma Derbys eigentlich, die sagen kann, okay, Markt in Portugal, da können wir, da wollen wir was machen oder da wollen wir nichts machen und sagen, wir wollen mehr, dass ihr nach Holland geht oder wie auch immer. Das heißt, da hängt auch wieder die Industrie dahinter, die uns auch sagt, wo möchte ich mich denn mit euch platzieren. Also wir können das jetzt nicht total frei entscheiden. Ja, derzeit haben wir 200 Ladestationen im Betrieb, die wichtig das sind oder nicht wichtig das sind, das komme ich dann noch bei der Folie, das ist schön bei der Offline Powerpoint, da kann man hin und her springen. Hauptaufgabe, wurde ich heute gefragt schon mehrmals von Movilo ist zum einen die komplette Verwaltung, diese ganzen Vertragsthematik, zum anderen die Logistik, also wirklich die Räder hin und her zu bewegen. Und wie funktioniert das System? Das ist eigentlich ziemlich einfach. Wir haben seit dieser Zusammenarbeit mit Derby-Cycle, die regionalen Fachhändler im Boot, das war mit der Firma Flyer ein bisschen schwieriger. Und dann ist das im Prinzip so, die Räder kommen zu dem Hotel, werden über Fachhändler serviciert vor Ort, werden dann wieder vom Fachhändler auch abgeholt, wieder hingeliefert und dann nach einer gewissen Zeit in den Gebrauchmarkt verkauft. Das ist die Optimallösung. Aber überall da, wo es keinen Fachhändler gibt, das ist leider noch in vielen Bereichen, macht das dann Movilo. Das ist unsere physische Leistung. Die Logistik, das hin und her fahren und das Service von 3.000 Rädern, kann sich ungefähr jeder vorstellen, was bei uns in der Saison so los ist, nach einem schönen Wochenende, was dann zu servicieren ist. Ich hab letztes Mal hat man einen Anruf, irgendwer fahrte eh gerade mit einem Fokus Smartbike, das kennt jeder so, ich hab's heute schon mal erzählt. Ich hab mal einen Anruf, ja du, ich bin bergab gefahren, ob ich roten war, hab ich den Akku verloren gehabt, das hab ich gar nicht gemerkt. Also jeder, der meine Trinkflasche verloren hat, weiß, dass man das eigentlich schon merkt, ja. Aber solche Thematiken hast du tagtäglich, wo du sagst, ja was ist eigentlich los mit dir. Aber solche Sachen passieren und mit sowas muss ich auseinandersetzen. Ja, über die Räder habe ich schon gesprochen, Thema Akku. Also wie wir angefangen haben, um irgendwie Tourismus was auf die Beine zu stellen, war natürlich immer die Infrastruktur, jetzt wurde ja heute schon gesagt, kommt nicht gut, wenn der auf sein Fahrrad steigt oder auf sein E-Bike steigt und losfährt und dann irgendwo hängen bleibt. Zum einen wichtig, wie schalte ich, wie bewege ich das E-Bike, in welchem Modus spielt eine große Rolle. Natürlich das andere, welche Steigungen jage ich drauf, wie schwer bin ich, der da drauf setzt. Dann wissen wir auch alle, wie mit Technik zu tun, ihr wird es viel besser wissen wie ich. Die Lebzeiten eines Akkus machen auch viel aus, wie lang ist er schon in Betrieb. Und diese ganzen Themen erforderten damals unbedingt Wechselstationen einzurichten. Wechselstationen, wir haben das heute gehört, ja, bei deinem Vortrag war ja ganz klar, Akkus sind wahnsinnig teuer. Also Akku Wechselstationen einzurichten ist finanziell ein totales Desaster. Ladestationen einzurichten war damals noch relativ sinnlos. Punkt eins, weil die Stärke, die hohen Reichweiten sind da. Und seit diesem Jahr gibt es keine Wechselstationen mehr, sondern Ladestationen. Und da kommt dann natürlich diese ganze Thematik, die wir heute schon gehört haben. Wir haben ja auch schon oben ganz am ersten Halb auch so eine universelle Ladestation gesehen. Das ist für uns tipptopp. Also wir von Movelo haben keinerlei Interesse daran zu sagen, es gibt nur Movelo Ladestationen. Nein, nein. Wir sagen auch immer unseren Ladestationen gibt es für uns zwei Ladegeräte, für einen ganz geringen Preis, da zahlen wir eigentlich auch drauf, für unser System. Aber das Besten ist, ihr habt noch andere Ladestationen, also oder es gibt eben diese universelle Ladestation von unseren Kollegen hier von Bike Energy, die auch beide hier da sind. Und vielleicht gibt es auch mal den Standard. Das wäre für uns nur recht. Also touristisch gesehen wäre das absolut toll, wenn diese Region, diese Reichweiten-Thematik nicht mehr da wären. Weil der Gast tatsächlich König ist und der natürlich dann auch nicht so darauf achtet, dass wenn er selber mit seinem eigenen Rad fährt, dann sagt sich der, gut, jetzt habe ich es falsch gemacht und fahre wieder nach Hause. Wenn er sich ein Rad ausleiht, dann ruft er im Hotel an und sagt, ich möchte. Das ist eine Problematik. Also wie gesagt, wir haben aber hier zum Beispiel wieder eine Kundenstimme. Wir haben jetzt nach der Testphase, glaubt haben Sie es uns nicht, nach der Testphase mit den neuen Rädern festgestellt, dass es ganz gut ohne Zusatzaktus funktioniert. Das dauert. Also weil alles, was wir heute gehört haben, total Innovationen, aber in den Köpfen der Leute geht das schon noch ein paar Jahre immer hinterher. Bis die dann auch glauben, dass es so ist. Und genau dafür ist Moveno da. Wir stellen dann die Räder zu den Hotels hin, die Leute müssen es oder dürfen es ausprobieren und dann glauben sie auch, dass es den 100 Kilometer hält. Weil sie selber ausprobieren können. Ein weiterer Trend, ganz klar dieses Jahr, ohne dass wir auf unserer Website oder irgendwo das groß verkünden würden, ist das Thema, wir nennen das für uns so einen Pool-Partner, also Pool aufzubauen, für so einen bestimmten Termin für einen festen Zeitraum, eine Anzahl von E-Bikes. Schau zu mir, was ihr heute rumfahrt. So einen bestimmten Termin für eine feste Anzahl von E-Bikes zu haben, weil nämlich hier heute diese Veranstaltung ist. Das geht nun mal nicht, dass du im Juli sagen kannst, ich brauche 40 E-Bikes. Das sagt ja der Händler ja. Der Hersteller sagt ja vielleicht, ja wir haben vielleicht noch in der Lagerhalle hinten welche auch du in der Kiste gibt, dass wir die ausliefern, dann wieder zurück und wieder servisieren können. Das ist aber auch wieder eine extreme Chance für das E-Bike, die wir jetzt in Zukunft noch mehr nach vorne tragen werden. Gerade, schau es mal, gerade die Firmenveranstaltungen sind. Telekom, letztes Mal zwei Wochen haben die halt 20 E-Bikes gebraucht. Da sitzen Entscheider dann auf den Dingen. Da fahren die mit denen, da erleben die die Dinger. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Brand im Kopf. Und das ist auch ein Thema, was wir immer mehr in nächster Saison wird das noch mehr werden, auch über externe Pools, weil es natürlich blöd ist. Das muss man einfach sagen, wenn wir hier sitzen und dann kommt der da oben hier von Hamburg und sagt, könnt ihr mir mal drei E-Bikes für eine Woche bringen. E-Bikes kann ich da schenken für die Woche, aber die Logistik, die da raufzufahren und die runterzuholen, das rechnet sich nicht. Und du kannst sie nicht einfach paketlich ins hinschicken, weil du musst ein E-Bike, das wisst ihr alle immer, haben wir heute wieder gesehen, denn E-Bikes ausprobiert wurden. Ein bisschen erklären musst du schon. Sonst spüren die Leute was Falsches. Also dieses Thema, auch da können wir extrem ablesen, dass das Interesse da ist und der Markt immer mehr wachsen wird. Und wir, als Moveli, nur dass das nicht falsch verstanden wird, wir organisieren keinen Incentives. Wir sind kein Incentive-Veranstalter. Nein, nein, wir liefern sie zu. Die Incentive-Veranstalter arbeiten mit uns zusammen. Ich habe letztens mit der Event Factor in Innsbruck gesprochen. Der hat gesagt, ich bin so froh, dass es jetzt diese E-Bikes in der Qualität gibt, weil jetzt kann ich Gruppen in ein bisschen kurbiertes Gelände bewegen. Früher war immer die Problematik, ich habe 20 Leute, die einen schießen da oben schon bei der Alm raus und sagen, was ist los, und der andere steht immer noch unten. Und ich kann die Gruppe nicht führen in meinem Event. Und das ist jetzt das Thema, sagt er, mit E-Bikes ist es möglich. Da haben alle, haben wir heute gesehen, ein ähnliches Leistungsniveau. Gut, dem einen oder anderen muss man gleich hinterher helfen, aber grundsätzlich funktioniert das. Und genau deswegen ist es auch bei Events immer beliebter. Aber auch das ist wieder für uns alle hier, die mit dem E-Bike zu tun haben, eine große Chance, die Leute auf das E-Bike zu bringen. Und schließlich und endlich, wenn es neue Technologien gibt, und wie gesagt, da haben wir jetzt sagenhafte Sachen für uns als Nicht-Techniker. Also ich bin absolut kein Techniker und schon gar kein Radlfahrer. Also das ist nicht das Thema. Unsere Missionen sind andere. Die Leute auf dieses geile Produkt zu bringen. Ja, da bin ich jetzt beim letzten Punkt. Und wir merken auch in dem anderen Bereich des Tourismus, also in dem Pauschalreisenthema, also wo ich wirklich, früher klassisch ins Reisebüro oder jetzt natürlich meistens das Thema Internet gehe, wo ich aber ein E-Bike mit in mein Urlaubspaket integriert habe. Also nicht, ich fahre jetzt hier nach Pirol und in ein Hotel und fahre mal zwei Tage mit dem E-Bike. Nein, nein, sondern wirklich, wo ich sage, E-Bike ist mit gebucht, entweder individuell oder sogar mit geführten Touren. Da merken wir auch, ich meine, der Markt hat noch Luft, das ist richtig, aber seit 2010 waren es 2.000 Buchungen, heute sind es 6.000 Buchungen. Nur mal, doch wird es nicht so schlecht. Busreisen wird kommen. Das ist ein Markt, der ein bisschen langsam andreht, aber wenn er dreht, dann geht er los. Da arbeiten wir mit dem zweitgrößten oder größten Imkkammer in Italien zusammen, die eben auch mit sechs Gruppen gestartet sind. Es sind schon neun Gruppen und das ist aber dann, wie es bei Movedo auch war, wir haben drei Jahre lang, also wir haben mit 30 E-Bikes, dann waren es 40, dann waren es 100, dann waren es 1.000 und dann waren es 3.000. Also es kommt schon und das wird hier auch so sein. Das heißt, das E-Bike wird auch in diesem ganzen Thema Pauschalreise, Reiseerlebnis immer mehr einzukarten, immer mehr eine Rolle spielen. Ja, wie gesagt, nachdem es jetzt nicht immer wieder verschwindet, hat es eh jeder schon im Blick. Man kann sagen, Punkt 1, es wird internationaler, die Länder rund ums rum werden aufmerksam drauf. So Hotspots wie Venedig, solche Geschichten, also kommt auch zu dem Thema, wir müssen uns auch für die alle aufstellen, weil einfach bei 300 Rädern, 500 Rädern nach Portugal zu liefern, ist manchmal nicht so intelligent, weil die fragen wir auch wieder zurück irgendwann. Neun Zielgruppen ist eindeutig, Mountainbikes sind extrem gefragt. Wir haben dieses Jahr definitiv kein Mountainbike mehr. Wir hätten noch mindestens 300 Mountainbikes mehr verleihen können. Also die Zielgruppen ändern sich, die Mountainbikes sind im Kommen, extrem. Das zeigt uns auch, wo es hingeht. Vielleicht noch eine Ergänzung meinerseits. Es ist so, dass wir auch merken können, dass die, es findet eine gewisse Konzentration statt. Also früher waren die, war mit Abstand, weiß ich, 95 Prozent unserer Stationen hatten zwei E-Bikes. Jetzt ist es eher so, dass sie schon auf vier sind. Vier weniger, aber die haben dann mehr. Und sobald wir das geschafft haben, können wir auch dem Thema der unterschiedlichen Typen mehr Rechnung tragen. Also derzeit hat Movelo 2, also den Fokus, Chariva Martenbike und das Kalko. Natürlich gibt es noch viele andere, wir haben ja heute über Rahmen, Geometrie und was ich alles gesprochen, Möglichkeiten. Nur das funktioniert nur dann, um das Angebot ein bisschen breiter aufzustellen, wenn der Verleiher auch sechs oder acht Räder hat. Weil wenn er nur zwei Räder hat, dann gibt immer nur, ich sage mal, die schwächste Zielgruppe vor. Die schwächste Zielgruppe ist die, die mit dem Tiefeinsteiger fährt. Ist so, können wir nichts anderes bieten. Da geht aber auch in Zukunft, werden wir die Produktpalette durchaus ein bisschen breiter aufstellen, wenn man so unserem Hersteller glauben kann. Da wollen wir hin. Wie gesagt, diese ganz flexiblen Tarife, ganz neue Regionen, Madonna, DiCaprio, also alles Dinge, die früher nicht einmal annähernd an irgend sowas gedacht haben, kommen übers Martenbike, übers V-Martenbike in den Betracht. Da hast auch nur zwei Monate Sommersaison. Das ist halt so. Genauso wie diese ganzen Schiffeisen, Inselhopping in Kroatien und so weiter, die haben auch eine Saison und darauf muss sie sich einrichten. Die höheren Reichweiten ermöglichen neue Konzepte, auch für mobile neue Konzepte. Also früher mussten wir eine Region haben, sonst geht es nicht. Jetzt können wir durchaus solitär bedienen, wenn ein Hotel irgendwo sagt, ich möchte 50 E-Bikes haben, 20 E-Bikes und 5, dann können wir das bedienen, weil die Reichweiten so groß sind, dass es einfach für den Gast Sinn macht. Eigentlich kann man sagen, wenn man ehrlich ist, unser Erfahrungswert ist so bei maximal 60 Kilometer vorderhamton. Und wenn er jetzt nicht total steil hochfährt, der Akku nicht total alt ist und er nicht alles falsch macht, dann schaffen diese Komforträder diese 60 Kilometer. In die Extreme funktioniert es nicht mehr, das ist klar, aber im Durchschnitt locker, weil dann normalerweise ein paar 20 Kilometer wieder Kaffee trinken und vor allem 20 Kilometer trinken und das ist wirklich kein Fehler. Die steigende Nachfrage nach Events und so weiter habe ich schon klar gemacht. Daran kann man gut ablesen, dass es in verschiedensten Bereiche angekommen ist. Auch ganz viele Firmenausflüge, die sagen, wir wollen mit E-Bikes was machen, weil sie die Gruppe zusammenhalten können. Ja, und auch die Wachstum, die anfangen an den Pauschalreisen, zeigt uns immer weiter. Also das ist der E-Bike-Boom, aber wie heute schon gesagt, mehrmals erst nicht die Lunde. Das können wir auch im Tourismus ablesen. Wir müssen uns nur auf den Tourismus einstellen, diese Besonderheiten. Es ist auch nicht jedes Rad einfach für den Verleih geeignet. Das ist gar ein Speedlifter für den Lenker. Das ist blöd. Und ich brauche auch ein Mountainbike-Bestweg im Schloss, weil sonst das ist meistens weg. Also es sind so verschiedene Dinge, die wir einfach dabei sind, die man vielleicht am ersten Schritt nicht so bedenkt, aber wenn man diese Kompetenz hat, und die haben wir uns über Jahre aufgewagt, funktioniert das sehr gut. Wie gesagt, hier in Kitzbühler Alpen, Hotel Peternhof, wir verzeihen definitiv eine Zunahme an E-Bike-Anfragen. Unser gebuchter größerer Bestand, die haben jetzt eben das aufgestockt, also mehr genommen als die Jahre zuvor. An E-Bikes in der Saison 2015 zahlen sich aus. Also man sieht, auch im Tourismus ist das E-Bike noch lang nicht am Ende, da wird noch viel mehr gehen und wir als Novello Synergie, wir verstehen uns als die, die dann alle Innovationen, die ihr hier erfindet, möglichst an die Leute weitergeben, dass ganz viele das kaufen. Dankeschön. Wenn wer noch Fragen hat, gerne. Kauft mal ein Velo die Räder? Ob wir die Räder kaufen? Das muss man sich mal ausrechnen. 3.000 Räder mal kaufen? Nein, natürlich nicht. Nein. Das Konzept ist, der Hersteller gibt die Räder zur Verfügung für einen, für uns einen Mietpreis. Wie können wir Mieter zahlen? Wir zahlen eine Nutzungsgebühr. Mieten, man muss immer aufpassen mit dem rechtlichen Begriffen Mieten, Leihen, Leihen, Wiesen. Wir zahlen eine Nutzungsgebühr und die Räder bleiben beim Eigentum des Herstellers. Macht ihr das bewusst exklusiv, derzeit mit Derby-Cycle? Wir machen das bewusst exklusiv, derzeit mit Derby-Cycle, weil der Hersteller natürlich, muss man sagen, einen sehr hohen Betrag in die Hand nehmen muss, den er da pro Saison abschreibt, weil die Räder einen Wertverlust haben und wenn die Händler ein Rad wieder weiterverkaufen sollen und wollen, wollen die eine ordentliche Marge haben. Wer hat mit Radhändlern zu tun? Dann weiß der, der Radhändler renkt sich halt einfach aus, bevor jetzt ein gebrauchtes Rad verkauft, wo ich in der absoluten 150 Euro kriege, verkaufe ich lieber ein neues für 400. Das heißt, wenn du den Gebrauchtmarkt bedienen willst, muss die Marge ordentlich sein. Damit verliert der Hersteller relativ viel Wertverkauf. Verlust über die drei Jahre. Und die muss er uns zum Teil, also wir finanzieren schon was weg, abschreiben, sonst würde das ganze Modell nicht funktionieren. Und deswegen kannst du es noch mit einmachen derzeit, weil das Product Placement halt dann die Garantie ist. Unser Marketing, unsere Sichtbarkeit, das habe ich jetzt heute gar nicht gezeigt. Aber wenn du Nachfragen nach 10.000 hast und derby kann dabei jetzt nur 6.000 liefern, hast du ein Problem? Also wir haben uns jetzt glaube ich derzeit den drittgrößten Fahrradhersteller der Welt, Derby-Cycle, rausgesucht. Also wenn wir soweit sind, dass wir die Nachfrage, die Derby-Cycle liefern könnten, wir nicht mehr. Also wenn wir mehr nachfragen, wie Derby-Cycle liefern können... Derby-Cycle Ja, ja, aber wie du schon gesagt hast, es gibt ja bestimmte Gruppen, wo wir sagen, da ist der Schlusspunkt, da gehen wir ins Jahr, das nächste Jahr und wir sind in der Trachter ein Jahr. Es liegt, nein, nein, das haben wir auch nicht, es liegt an der Strategie. Also es liegt an der Strategie, ist schon klar, dass wir jetzt nicht total unabhängig sind von der Entwicklung von Unternehmen. Aber wir sind geben und nehmen und wir können aber auch Markttendenzen erkennen. Wir merken schon durch das, dass die Räder draußen sind und durch gewisse Tools überhaupt, merken wir natürlich schon auch, was besser geht und was nicht geht. Das ist ein Zusammenfinden und deswegen ist es auch so wichtig, um Hersteller und wir müssen schon sehr nahe zusammenspielen, sonst ist die Geschichte nicht produktiv genug. Wie verkauft ihr denn oder wie verkaufen denn die Händler die gebrauchten Räder? Habt ihr da Informationen dazu, schon messbare jetzt mit Derby-Cycle? Da ist es so, wir erfahren von euch so einen Kalkoff oder so, der hat ja vorne das Ding dran. Das ist kauflich. Also es gibt jedes Medaille, der hat ja zwei Seiten. Die positive Seite, wir haben extreme kaufliche Anfragen, also pro Tag 20. Aber die dürfen die Räder noch nicht verkaufen, weil... Sie noch fahren. Auch aus abschreibungstechnischen Gründen müssen die erst mal ein Jahr alt sein, dass sie verkaufen darf als Gebrauchtrad. Das ist am Anfang im System, weil wir jetzt neu angefangen haben, ein bisschen ein Problem. Wenn das System mal rollierend ist, dann ist es einfacher. Momentan muss man halt da ein bisschen Kundenbefriedigung betreiben und schauen, dass das halt irgendwie in der Waage sich hält. Wie fangt ihr das dann auf, wenn jetzt zum Beispiel ich als Tourist lese das, denke, hey, cooles Comfortbike mit Rücktritt und was auch immer. Fährt sich jetzt toll hier in Kitzbühel, ich will das haben. Dann sagt der Händler, sorry, kannst du noch nicht haben, muss ich erst abschreiben. Nein, der Händler macht gar nichts. Also es ist so. Alle Räder gehören kein Derbyside, also der Mutter. Und das Ziel ist, ich meine, ich möchte jetzt nicht von der Ist-Situation sprechen, weil das jetzt die erste Saison ist und da sind noch ein paar Sachen, wie wir heute auch in der Entwicklung sind, noch ein bisschen am Feinjustieren. Dann ist es so, dass es zwei Situationen gibt. Die eine Situation ist ein Einheimischer, der hier das Rad fährt und sagt, ich bin hier. Die zweite Situation ist ein Tourist, der wohnt ja vielleicht in Pastroprauxel. Jetzt möchte der, da gibt es wieder zwei Situationen. Möchte er das baugleiche Rad oder möchte er genau dieses Rad? Und dafür gibt es dann eben die Prozesse bei uns. Das heißt, logistisch kann man sich vorstellen, dass sie wieder hinauffahren, je nachdem was der will. Da gibt es eine Hotline und eine Website dazu, da wird er seinen Wunsch formulieren. Es gibt bei uns in unserem Logistiksystem, wir haben ein eigenes Logistikmenzsystem, entwickeln müssen dafür, weil das ist schon ganz schön viel. Man darf das nicht unterschätzen. Gibt es dann eine eindeutige Nummer und über diese Nummer können wir dann sagen, dieses Rad geht dort oder dort in den Verkauf und dann wird das über das Depot wieder sofort innerhalb von, wir brauchen zwei Tage, wieder nachgeschickt. Verkauft das Derby Cycle dann direkt oder über einen Händler? Der Derby Cycle immer über die Händler. Über die Händler? Also das ist genau der Punkt, also jeder der mit Händlern zu tun hat. Wenn wir als Moveno ein Rad verkaufen würden, oder wenn Derby Cycle direkt ein Rad verkaufen würde, dann wäre Krieg. Also das dürfen wir nicht machen, weil der Handel natürlich schon sehr aus dem Augen drauf guckt, was wir da machen, weil das ist natürlich immer so eine Geschichte. Wenn ich jetzt das Rad kaufen will hier, was ich jetzt hier gefahren bin und ich wohne in Heidelberg, dann verkauft mir das ein Heidelberger Kalkopfhändler. Also kannst du entweder in Heidelberg ein baugleiches kaufen, ein neues oder ein gebrauchtes. Ich will aber genau das. Und wenn du genau das willst, dann kannst du es nur hier kaufen. Dann kannst du hier beim nächsten Servicehändler, der ist in Fitzpül, dieses Rad, der macht ja noch einen Endcheck und dann kriegst du das Rad, musst du dann auf dein Auto draufpacken und mitnehmen. Okay. Wo liegt das dann grob nach einem Jahr? Bitte? Wo liegt das dann preislich grob? 50% Wissenpreis oder 60%, 60%? Ich fragst mich sehr schnell, warte mal, ich hab den... Aufmermeier, Grüßenordnung. Also die Räder, der liegt ungefähr bei 1200 Euro dann. Die sind neu, bei der Hälfte 50% und 60% vom jetzigen Neupreis. Danke. Und welche Aktegarantie? Oder ist das für die eine Promotion? Also in dem Bereich? Also wenn sie... Ach, verdienen die da immer noch was? Nein. Nein, nein. Das ist die Promotion, da sehen wir lang gut. Schauen Sie, jetzt kann ich ja ausrechnen. Wenn ein Rad zweieinhalbtausend Euro, das kostet jetzt so ein Komfortrad im Geschäft, wurde da ungefähr der andere baut. Wenn zweieinhalbtausend Euro, jetzt zahlt ein Hotel für sechs Monate, auf sieben Euro weiß ich auswendig, 99 Euro im Monat mit Service, allem drum und dran, Logistik allem drum und dran, wir zahlen es halt nicht. Dann sind es 600 Euro, sieben Euro im Jahr mal drei Jahre, dann ist das Ding aber runter, haben wir heute auch schon gehört. So. Und jetzt soll ich das dann noch verkaufen nach drei Jahren, kriege ich noch 300, 400 Euro hin. Also wenn dieses Product Placement Thema nicht wäre, diese Marketinggeschichte, muss rechnen. Also deswegen kann ich auch ganz locker zum Hotelier hingehen und sagen, also bei Movelu Mieten ist immer billiger als Kaufen. Und das stimmt. Immer. Dann können Sie rechnen wie Sie wollen, das stimmt. Sie können als Hotelier, das ist der größte Fehler, wenn du dir selber die Räder kaufst. Weil du musst den Service zahlen, du hast irgendwann alte Räder, bei uns kriegst du immer neue oder neuwertige Räder. Und am Ende, wir werden von der Abschreibung gar nicht sprechen. Also die Miete kann ich so einfach eins zu eins abschreiben, wenn ich ein Rad im U-Bike kaufe. Wie viele Jahre muss ich abschreiben? Vier? Länger als Hälfte. Länger als Hälfte. Also, und dann habe ich noch dazu nicht die, dann habe ich natürlich auch nicht die Verleiher-Erfahrung, ne? Im Rad, weil dieses Spielklift und so weiter, ist ja auch ein Thema. Wenn ich die nicht drin habe, dann, also von dem her, ist es auf alle Fälle für die Hotels, also für unsere Kunden sinnvoll, das zu tun, nur wir müssen sie auch dazu bringen. Und für uns wird halt, je kürzer die Saisonzeiten werden, umso schlimmer wird's, ne? Weil, wenn der noch drei Monate die Saison hat, dann... Was ist eure kleinste Losgröße, die ihr bedient, wenn ein Hotel sagt, ich brauche drei Räder, fünf Räder, zwei. Aber wir nehmen uns natürlich schon heraus, wenn ich es jetzt mal übertreiben darf... Es wird ein Unterschied sein, ob einer zwei Räder mietert oder 50, ne? Das sowieso, auch in der Mengenstaffelung sowieso, aber es ist ja auch so, wir müssen immer schon ein bisschen auf die Logistik gucken. Also wenn ich jetzt ein Hotel anfragen würde, dass ich auf der Insel Pellworm mit zwei Rädern, dann würde wahrscheinlich einen Servicezuschlag zahlen müssen, weil die Räder dahin liefern und vielleicht nur für vier Monate, ja, wieder abholen, das würde nicht gehen. Aber grundsätzlich ist das dieses Thema. Daher kommen auch diese flexiblen Tarife, das ist immer so ein Thema. Wie holt die ab? Wir liefern die aus und holen die wieder ab nach der Verleihzeit. Und lagert die selber oder lagert der Händler die? Solange wir keinen Servicepartner, also vertraglich gebundenen Servicepartner haben, müssen wir das machen. Wir sind aber, wie gesagt, am Aufbau des Servicepartnernettes. Derzeit sind es 46 Servicepartner, die unter Vertrag sind, die jeden Tag wachsen. Je mehr Servicepartner wir haben, je mehr Flächendecken wir haben, umso weniger müssen wir Logistik vorhalten. Nur, auch wieder, wenn er mit Radhändlern zusammenarbeitet, da ist es halt dann schon so, dass der Radhändler dir dann im August oder im Juli, wenn er gerade, oder im Juni, wenn es gerade losgeht und sagt, ich kann es hier Räder verkaufen. Dann sagst du, du müsstest mal ins Hotel Peternhof fahren und ein Martenbike reparieren. Dann sagt er dir ganz locker, ich habe jetzt was anderes zu tun. Aber wir haben den Service, also wir, unser Name steht vorne. Das heißt, der Servicegedanke, dass er dem Hotel auch sagen kann, schau mal, da kann es durchaus sein, dass wir wieder eine Furie von uns losschicken müssen, um das aufrecht zu halten. Aber das ist das Ziel für die Zukunft, mit dem Handel zusammen, mit dem regionalen Handel das ganze Thema zu spielen, weil natürlich eine Internationalisierung ist nicht möglich. Wir können nicht vom Peeling aus noch schnell an die Algarve rüberfahren, um ein Rad zu reparieren. Also das wäre über das Konstrukt nicht möglich. Und lagern tut der Händler, oder ihr? Beide. Also wir lagern derzeit 3.000 E-Bikes, also haben wir sie lagern. Und überall da, wo ein Servicepartner direkt in der Region oder für diese, macht er das. Und wo ich halt keinen finde, weil ich kann nicht... Im Dezember, die lagern die 50 E-Bikes. Genau. Die holen die ab, lagern die und liefern die wieder aus. Kriegen natürlich Geld dafür von uns. Klar. Und die können, aber auch nur die können sie dann am Ende auch gebraucht verkaufen. Und das ist natürlich für den Händler, wenn ich das auch noch reinbringen darf, das ist natürlich Vorteil 1. Jeder Händler kann auf diesem Kaufmich-Schild seinen Aufkleber draufkleben. Also er wird direkt bekannt gemacht, das ist das eine. Das zweite ist, er kann über diesen Service viel Geld kann nicht verdienen, wenn man ehrlich ist. Weil die Preise können wir natürlich jetzt nicht zahlen wie an Endkunden. Aber er kriegt Leute ins Geschäft und drittens kann die Dinge gebraucht verkaufen. Also das sind schon Vorteile. Viele Händler leiden auch von uns Rädern, als Vorführräder sozusagen. Somit haben sie zu sehr günstigen Konditionen, weil sonst kann der Händler eigentlich nur mit dem Zahlungsziel arbeiten. Dass er ein langes Zahlungsziel gegen sich so ein Beikern stellt. Aber wer das über uns liest, das ist auch sinnvoller. Also das ist eigentlich so das Geschäft. Aber grundsätzlich geht Mobilo immer dahin, den Rad rauszunehmen und wieder zurückzuholen. Und das unterscheidet uns von allen anderen Playern, weil ein Hersteller gibt eigentlich immer nur Rad raus. Zurückholen ist eigentlich nicht so seine logistische Kompetenz. Das ist auch nicht das Firmenziel. Genau. Bitte nie mehr zurückziehen. Ja, ich hätte nochmal vorgestellt, dass ich jetzt Mountainbikes habe und es zu wenig sind. Und wie ist das mit anderen Trendgruppen, zum Beispiel Lastenräder oder auch das Thema Familien? Also ich konnte jetzt keins von euren Rädern nehmen, sondern musste mir mein eigenes Rad bekommen, dass ich meinen Sohn mitnehmen konnte. Wie ist das Thema? Wir fragen das Hotels nach. Vereinzelten. Es ist so, wir als Mobilo wiederum, wir haben diverse Anfragen, das hängt natürlich immer gerade von der Ausrichtung der verschiedenen Unternehmen zusammen. Wir hatten früher mal Kinderanhänger im Programm. Die wollten viele haben, aber nichts dafür bezahlen. Und das ist natürlich für uns dann geschäftsmäßig nicht ideal. Die Firma Derbysack, wir haben mit ihnen zum Beispiel gesprochen zu den Fulis. Also die Folge 4. Dann sagen sie, okay, sie wollen nächstes Jahr die Fulis mehr in den Markt bringen. Dann würden sie eine geringe Anzahl, weil die natürlich Produzionskosten höher sind, eine geringe Anzahl in den Verleih bringen. Und genauso ist das Gespräch mit ihnen, wenn wir sagen, wir haben jetzt größere Anfragen von Familien oder jetzt Lastenrat oder so, dann würden die sagen, okay, das passt in unsere Strategie, wo wir uns hin entwickeln wollen, dann würden wir die für nächstes Jahr ins Portfolio bekommen. Das ist was, wo das Unternehmensziel, also unsere Zusammenarbeit sollte immer so sein, wir sind so ein bisschen das Rohr für sie am Markt und wir müssen aber natürlich in ihre Strategie reinpassen. Derzeit ist es noch recht übersichtlich. Wie gesagt, das Mountainbike-Thema ist extrem angesprungen. Was auch sehr witzig finde, weil vor ein paar Jahren der Matthias Seidler, früher Chef von Derby-Seite, habe ich ihn gefragt, könnte ich mal auch hier mit Fokus was machen? Elektrisch? Nie. Das werden wir nie machen. Weil Fokus ist eine Sport- und Elektro- und Sport- und passt nicht zusammen. Und ich habe es heute umso mehr zu sehen, dass auch das hier absolut funktioniert. Ich meine, Matthias Seidler, auch von den tiefen Durchschnittsrädern, kann Derby-Seite maximal 2.000 Stück im Jahr absetzen. Das hat schon 3.000 von uns abgesetzt. Genau, das war im Jahr 2006. Also der Trend ist da, was man sich auch vorstellen kann. Schau mal, bei dem Markenwechsel, wie oft wir die Geschichte hören. Also ich brauche keinen, sondern für meine Frau habe ich jetzt eins gekauft und dann kann sie mit mir einen Berg hochfahren. Wenn man dann genau hinschaut, ich denke, das ist ja, kauft er sich auch eins. Aber zu lange braucht es ja. Also natürlich, ich meine, wir müssen uns ja nur mal umschauen. Das ganze Panorama, das ganze Paradies ist ja mit so einem Gerät einfach erlebbar. Und darauf kommt es im Tourismus an. Ich kann das, was ich hier habe, die wunderschöne Natur, meinem Gast perfekt nahe bringen mit so einem Gerät. Das ist einfach so. Und dafür profitieren wir, alle anderen auch. Ja. Dann würde ich sagen... Ich habe da noch eine Frage, die neue Ladeinfrastruktur. Also Akku-Wertion zusätzlich, äh... Ein bisschen lauter, bitte. Wie durchsetzen wir die Frage? Oder Frage, wenn... Also grundsätzlich ist es so, dass die Leute dir ja nicht glauben, wenn du immer gesagt hast, du brauchst Wechselstationen, und wenn du dann nächstes Jahr sagst, du brauchst keine Stationen mehr, dann sagen die, naja, das ist mit dir los. Also hast du uns jetzt irgendwas erzählt. Das heißt, es ist mehr eine psychologische Geschichte, dass ich in einer Region irgendwo, wenn ich keinen Saft mehr habe, Saft nachtanken kann. Und wir argumentieren derzeit so, dass wir sagen, die Ladekurven haben sich ja auch so verändert, dass ich in relativ übersichtlicher Zeit, das heißt, wenn ich einen Kaffee trinke und einen Eisbecher esse, kriege ich wieder ein paar Kilometer rein in meinen Akku. Mehr möchte ich jetzt hier nicht dazu sagen. Ich werde ja nicht sagen 50 Prozent oder 30 Kilometer oder sonst was, sondern es ist durchaus so, dass wir in einer Zeit, wo man sich, wenn man Gast ist, wenn man Tourist ist, sich mal eine Pause gönnt, wieder ein paar Kilometer reinbringen in die Kisten. Deswegen sagen wir, wechseln brauchst du nicht mehr, sondern laden. Aber wenn du die Ladestationen trägst, durch diese, wie ich schon gesagt habe, guten Akkus, brauchst du sie fast nicht mehr. Also unsere Vision ist, durchaus mit unseren Geräten, die fast neuwertig sind, das muss man dazu sagen, die Akkus haben schon neue Akkus, brauche ich eigentlich beim normalen Gast gar keine... Ich darf vielleicht eine ganz kurze Information diesbezüglich reinbringen. Vielleicht ist das auch ein Thema, dadurch, dass wir eben diese Universal Ladestationen entwickelt haben, weil sie da oben am See waren. Dort diese Türbelzeichen und Fokusmodelle nicht. Die werden da oben doppelt so schnell geladen als mit dem normalen Haimladetail. Und das macht natürlich einen Spaß, wenn die Leute da irgendwo unterwegs sind. Und ich glaube, dass mit einer dichteren Infrastruktur auch das der Spaß am E-Bike steigt, weil der nicht mehr mit Eco fährt, sondern jetzt den Berg mit High oder mit Sport fährt. Aber ich muss da sagen, ich bin heute mit meinem Ding volle Pulle, immer noch volle Pulle gefahren. Ich bin jetzt nicht total leicht. Ich habe aber immer noch mehr als den halben Akku drin. Also von dem her, mir würde es dann schon reichen. Also ich würde dann nicht mehr so viel weiter fahren. Richtig, das ist ein Thema. Aber jetzt sind wir uns auch ganz ehrlich. So da oben, in einem Gebiet wie hier, es kostet ja ein bisschen Geld. Dann investieren die das gerne, weil die haben auch Geld hier. Dann musst du dir nur die Häuser anschauen. Aber es gibt andere Gebiete. Da ist das schwieriger. Da ist das einfach schwieriger. Das erfahren wir jeden Tag. Und wir, ich habe das schon immer gesagt, wir verstehen uns nicht unbedingt als Endkunden-Brand. Das hat sich so entwickelt. Movelo ist total weitleben. Wenn ihr geile Ladestationen habt, wir sind froh drum. Wir können das sowieso nicht. Wir haben auch gar kein Interesse daran. Wir müssen jetzt Ladegeräte kaufen, denen schicken und zahlen auch noch drauf. Das bringt uns nur Ärger. Das heißt, wenn viele von euren Stationen rumstehen, dann ist es für uns tipptopp, wenn man sagen kann Schatz, dieses Problem ist auch gelöst. Und noch schneller laden als wir mit unseren Herkündigengeräten. Wenn wir da gemeinsam die Kommunikation aufbauen, wirklich total gerne. Für uns ist das nix halt wir. Schaut euch die Räder dahin bringen. Alle anderen Fragen machen wir heute Abend. Vielen Dank. Applaus 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 Applaus